Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass wir ein paar neue Helden direkt zum Anfang von Overwatch 2 haben werden. Und ja, ich muss sagen, das Overwatch 2 Fieber, der Hype, hat mich ein bisschen mitgenommen und habe ich mich hingesetzt und selber ein paar Helden ausgedacht. Ich kann es kaum erwarten, bis die echten Helden rauskommen und ja, das ist jetzt nichts Offizielles von Blizzard oder so, was bestätigt wurde, aber ich habe mir einfach ein paar Sachen überlegt, die ins Spiel passen würden, die ganz cool wären. Und ganz wichtig, wenn euch das Ganze gefallen soll, diese ganzen Konzepte, dann teilt auf jeden Fall gerne das Video, liked es. Genau, für mehr Overwatch-Content lasst du auf jeden Fall eine Abbe da. Ja, mit etwas Glück sieht dann das deutsche Overwatch-Team das auch und wenn das wirklich jedem gefällt, dann könnte es ja vielleicht sogar ins Spiel kommen. Wer weiß, vielleicht schauen die sich mal die eine oder andere Sache ab. Deswegen, ja, genießt auf jeden Fall das Video. So, ich wollte ursprünglich eigentlich vielleicht einmal Gameplay im Hintergrund abspielen lassen, aber ich dachte vielleicht zur Erklärung besser, mal hier ein bisschen Zeichen, damit es man versteht, ganz provisorisch. Ihr seht im Hintergrund schon mal Hanamura, den ersten Punkt, der erste Chokepoint hier, wo man das durch Tor muss, hier eingezeichnet. Und dann wollen wir mal loslegen. Also, ich habe mir jetzt vor allem Supports und Tanks ausgedacht. Das heißt, ich habe drei Helden, zwei Supports, einen Tank, weil, ja, gibt es am wenigsten davon. Deswegen fände ich es besser, wenn es diese Rollen mal wieder ein bisschen dazukommen würden, nicht nur wieder DPS. Deswegen habe ich mal ein bisschen in die Rollen nachgedacht. Also, mein erster Heiler, den ich hier habe, ist ein Wissenschaftler. Geht Richtung Wissenschaftler, so. Ihr könnt euch ja vorstellen, er steht hier auf dem Auto einfach, rechts vom Punkt. Und Aussehen, Name soll jetzt auch gar keine Rolle spielen, nur wirklich irgendwie, ja, was er alles kann und so. Also, ich habe mir erstmal überlegt, dass er ganz klassisch 200 Leben hat, alles davon weiß. Das heißt, keine Schilde, keine Rüstung, kann nichts regeneriert werden, sondern einfach nur alles weiße Schilde. Und, ja, der spielt ein bisschen mit Reagenzgläsern rum. Das heißt, was ich mir überlegt habe für einen Linksklick, das heißt für die ganz normale Attacke, die er hat, dass er dann immer drei Reagenzgläser schmeißt. Also, ich habe mir so vorgestellt, dass er vielleicht, wie ein Jankenstein-Skin, hier so verschiedene Dinger um den Hals rumgewickelt hat. Quasi solche, ja, Gläschen. Aber das kann ich jetzt nicht einzeichnen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und, ja, genau, das ist auch ganz klassisch. Erstmal so ein paar dünne Reagenzgläser. Okay, ist jetzt ein bisschen, ah, okay, doch, ist ganz dünn geworden, sowas. So, und da habe ich mir überlegt, dass es drei Stück sind pro Wurf. Der hat unendlich Munition, also muss man sich da keine Sorge machen. Kann man sich so ähnlich vorstellen, wie bei Sigma, dass er zwei Bälle schmeißt, nur dass es halt dann drei Reagenzgläser pro Schuss sind. Und der Spread sollte dann so ähnlich wie bei Echo sein. Das heißt, sagen wir mal, wie gesagt, der steht hier auf dem Auto. Vielleicht haben wir hier noch einen Reinhardt, der hier rumsteht, ein bisschen Rüstung, Beine, ja. Und, ja, hält hier sein Schild. So, und dann kann man die Reagenzgläser schmeißen und die teilen sich ein bisschen auf. Sagen wir mal, trifft eins hier, eins hier und eins hier. So, dass sie sich ein bisschen aufteilen. Die Reichweite sollte aber auch nicht zu groß sein. Ungefähr so, wie das Torbion Turret werfen, das heißt, wo er das aufstellen kann. Ungefähr so, vielleicht zehn Meter. Das ist halt auf jeden Fall nicht eine zu krasse Range hat. Was diese, ja, Pfützen, die dann entstehen können, ist einfach, dass sie erstmal die Reagenzgläser, die explodieren dann beim Landen. Die erstmal ein bisschen Aufprallheilung machen und dann, wenn man in der Pfütze drin steht, auch nochmal Heilung über Zeit bekommt. Ich habe mir überlegt, das könnte so ungefähr die Heilungsklasse von Senyata sein. Das heißt, 30 Heilung die Sekunde, wenn man da drin steht. Dadurch können halt mehrere Teammates da stehen. Die Pfützen verschwinden natürlich nach irgendeiner Zeit. Das heißt, wenn der jetzt hier unendlich Pfützen schmeißen würde, dass dann überall Heilung wäre, so geht es natürlich nicht. Und das kann sich auch nicht aufsummieren. Das heißt, wenn ich hier jetzt 5 Pfützen auf eine Stelle schmeiße, kriegt man trotzdem nur 30 Heilung die Sekunde, nicht irgendwie 150. Die Aufprallheilung sollte dabei auch nicht zu stark sein, vielleicht 20, 10 Leben oder so. Ja, auf jeden Fall nicht zu viel. Die zweite Fähigkeit, die ich mir vorgestellt habe, der muss ja auch vielleicht ein bisschen Schaden machen. Für einen Rechtsklick, das heißt das alternative Feuer, ein entweder dickes Reagenzglas. Okay, das ist viel zu dick. So, die haben natürlich alle einen Stopfen drauf, das heißt, es ist auch nichts verschüttet. Aber entweder so ein dickes Reagenzglas oder einfach einen Rundkolben, dass ihr den schmeißt. Ich habe jetzt aber die Farben von Moira genommen, gelb ist Heilung, lila ist Schaden. So, und das ist einfach so ähnlich, das heißt aber, dass ihr nur einen dann schmeißt und kann man in die Gegner dann reinschmeißen. Ist halt ähnlich, explodiert erstmal, macht ein bisschen Aufprallschaden, 20, 30 vielleicht so in die Richtung. Und dann nochmal Schaden, wenn man dann in der Pfütze, die vielleicht etwas größer ist als die Heilungspfütze, drinsteht. Ich habe mir überlegt, da könnte man einen Cooldown machen, vielleicht schon 3 Sekunden, dass es auf jeden Fall nicht die Gegner zuspammen kann. Aber gut, das schon mal zu seinen primären Waffen, das heißt, ein bisschen mit Glasgeräten rumschmeißen. Dann habe ich mir überlegt, für seine E-Fähigkeit, also die erste Fähigkeit, die er halt hat. Und zwar, sagen wir mal, der steht jetzt hier auf dem Boden, dann rammt der so einen Stab in den Boden. So, zack. Das ist, ich würde sagen, das könnte man ein bisschen in so einem Elektroschema machen, dass es ein bisschen hier so elektrisiert ist, so ein bisschen blau drumherum. Ein einfach so ein Elektrostab quasi. Und der hat eine gewisse Reichweite. Sagen wir mal, der rechnet bis hier aus. Und natürlich, also jetzt geht das in alle Richtungen, quasi drumherum so. Aber wir gucken jetzt auf den Reinhardt so. Das heißt, Reinhardt ist in dem Bereich drin. Was dieser Stab macht, ist, dass er beim Einsetzen einmal Impuls abgibt. So, was dieser Impuls macht, ist, dass er alle negativen Fähigkeiten wegmacht. Das heißt, ist der Reinhardt geantied von einer gegnerischen Energranate? Oder ist er gediscordet vom gegnerischen Senjata? Das wird auf jeden Fall alles verschwinden durch das Erste. Dann gibt es noch zwei weitere Impulse. Die kommen nach ein paar Sekunden, sagen wir mal, zack, zack, zack. So, das sind die Impulse, die dann so kommen in so einen Rhythmus. Dass man die Fähigkeit jetzt nicht nur nachträglich benutzen kann, wenn schon jemand eingeschläfert wurde oder so. Sondern, dass es auch ein bisschen vorbeugend wirkt. Dass man vielleicht die gegnerische Energranate, die jetzt schon da ist, erstmal abblockt. Aber dann noch weitere Fähigkeiten, die passieren, dann direkt vorbeugt. Und die dann nicht mehr so viel Wirkung haben. Das heißt, dass man dann auch ein paar Sekunden vielleicht vom Discord von Senjata sicher ist, wenn das immer wieder resetet wird. Muss ja dann wieder immer von vorne drauf tun. Mal so eine Fähigkeit, die einfach ein bisschen alles bereinigt. So die ganzen negativen Effekte müssen mal wegkommen. Das Wichtige ist natürlich, dass die Ziele in Line of Sight sein müssen. Das heißt, wenn man es hinter der Wand wäre, also jetzt als Verteidiger quasi, dann würde man das Ganze nicht bekommen. Man muss in der Sichtlinie des Geräts sein. Und dann noch zu seiner letzten Fähigkeit. Das heißt, auf Q, seine Ult, da kam der Einfall, dass es so eine Grand Warden-Fähigkeit sein kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch Clash of Clans spielen, also der große Wächter. Aber, dass er das zündet, also er drückt seine Ult und alle in einem gewissen Bereich, nehmen wir jetzt mal diesen Bereich wieder als Beispiel, kurz unsterblich werden. Das heißt, sie werden dann kurz so gelb aufleuchten und die können gar keinen Schaden nehmen. Also nicht wieder so ein Sterblichkeitsfeld von Baptiste oder so, dass man da bis einer gewissen Lebensanzahl dann Leben verliert und dann nichts mehr. Sondern wirklich, man kriegt gar keinen Schaden in der Zeit. Man ist unverwundbar. Na, das würde ich jetzt auch nicht zu lange machen, sondern zwei Sekunden vielleicht, damit es man auch gut timen muss. Aber es ist quasi so ein Counter-Ult, wenn vielleicht eine gegnerische Tracer, eine Pulsbaum aufgeschmeißt, zack, und dieser ganze Burst-Damage ist weg, wenn man die Ult zündet. Also auch nur so ein kleiner Schutzengel. Ja, das war das erste Konzept. Ich wäre auf jeden Fall über jede Meinung gespannt von euch. Also schreibt gerne zu jedem dieser Helden eure Meinung in die Kommentare. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Wenn ihr wollt, dass ich auch sowas mal öfters mache, also ich wette, ich habe genug Ideen, ich mache sowas ganz gern, dass ich mir mal irgendwas einfallen lasse, sagt gern Bescheid. Ich mache gerne weitere solcher Videos. Dabei ist natürlich die Hoffnung, dass diese Helden vielleicht auch irgendwann in Overwatch 2 zu sehen sind, beziehungsweise irgendwelche der Konzepte. Ich als hier erfahrene Overwatch-Spieler vermisse mal wieder ein bisschen was Neues und habe jetzt einfach schon selber angefangen, welche Dinge zu erfinden. So, dann kommen wir mal zum Tank, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Also, was nehmen wir für eine Farbe? Ich sage einfach wieder blau. Also den Tank stellen wir einfach mal in den Chokepoint rein. Zack, zack. So, das ist jetzt unser Tank. Der hat 350 Leben. Davon 100 Schilde. Das heißt, 100 Leben können wieder regeneriert werden. 100 blaues Leben hat er. Er soll in so eine Richtung Ingenieur bzw. Techniker gehen. Also, sage ich mal jetzt so Torbion-mäßig, nur halt anders. Und wie er funktioniert, ist, dass er eine, ja, Materialien sammeln kann. Das heißt, er kann maximal 100 Materialien bekommen. Und startet immer, wenn er respawnt, mit 20 am Anfang, damit das nicht ganz so voll ist. Er hat ja ein bisschen Material dabei. So. Wie er an Material kommt, ist seine Fähigkeit, die er auf dem rechten Maus, äh, auf der rechten Maus hat. Das heißt, seine alternative Feuerwaffe. Da kann der, sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Teammate, der ein bisschen reinpusht. Ein Genji vielleicht. Nochmal hier ist ein Bandana, also ein Cyborg-Ninja. Der pusht rein. Und unser Tank hier, der neue, äh, gibt ihm so eine Bubble. Also so eine Art Saria-Bubble, nur halt ein bisschen anders. Die kann nur Projektile blocken. Aber blockt die dann wirklich komplett. Die Bubble hält drei Sekunden lang, geht nie weg. Also die geht nicht kaputt, nur nach den drei Sekunden. Das heißt, man gibt dem Gegner, man gibt dem Teammate ein Schutzschild. Und all die Projektile, die hier drin erfasst werden, äh, werden als Material wiedergeboren. Also, oder bekommt, bekommt, dann bekommt unser Tank Material. Das Material ist dann natürlich abhängig von, wie viel auf die, auf das Schild hier zukommt. Beziehungsweise wie stark der Damage wäre. Also, sag ich mal, ein Hanso-File würde vielleicht mehr Material bringen, als ein Diva-Schuss. Dabei würde, ja, wie ich erwähnt habe, die Bubble immer drei Sekunden dauern. Er kann immer nur eine haben. Und wenn die drei Sekunden vorbei sind, beginnt der Cooldown fünf Sekunden. Das heißt, er kann alle acht Sekunden jemanden maximal, äh, eine Bubble verpassen. Damit es auch nicht zu overpowered ist. Das kann er auch nicht nur auf sich selber, das kann er nicht auf sich selber machen, sondern nur auf die Teammates. So, was er mit diesem Material anfangen kann, ist, sich Roboter zu bauen. Also, es gibt einen Roboter, der kostet 20, und es gibt einen anderen, der kostet 50. So, der für 20 ist die Shift-Fähigkeit. Das ist ein Schildroboter. Der platziert ihn einfach dann vor sich. Und der Schildroboter ist dann quasi hier. Wenn wir jetzt hier in die Richtung gucken, ist der Schildroboter hier und macht ein kleines Schild. Das ist jetzt nicht zu breit, aber auf jeden Fall ein bisschen breiter als der Tank, dass auch vielleicht ein paar Teammates sich dahinter stellen können. Das ist so ein Schild, was immer mit dem Tank mitgeht. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal auf Instagram solche Videos gesehen habt. Habe ich mal gesehen, solche Militärhunde, die den Besitzer die ganze Zeit angeschaut haben, und wenn er nach vorne geschlichen ist, ist er direkt mitgeschlichen. Wenn er zur Seite nach rechts geschlichen ist, kommt der Hund direkt mit. So stelle ich mir das vor. Das heißt, wenn man sich bewegt, hier, zack, paar Meter nach rechts, das Schild geht mit. Der Schildroboter geht mit. Beziehungsweise, wenn man den Blickrichtung ändert, der guckt auch immer in die Richtung, wo man selber hinguckt. Das heißt, man dann so ein bewegliches Schild mit sich immer hat. Wenn er zerstört wird, kann man direkt wieder einen neuen platzieren, wenn man genug Materialien hat. Der andere Roboter wäre auf der E, das heißt, die andere Fähigkeit, und das sollte so ein fliegender Roboter sein. Der ist auch zielsuchend. Ihr könnt euch das so vorstellen wie diese Dinger, die bei Blizzard World immer da am Anfang rumfliegen, weil wenn man von der Verteidigung losgeht, sowieso so ein Projektil könnte ich vorstellen. Das heißt, der Roboter, der fliegt dann los und sucht das nächste Ziel, was in der Nähe ist. Genau, weil ich jetzt nicht erwähnt habe, das ist der Roboter, der 50 Material kostet. Wenn er dann einen Gegner findet, das kann auch theoretisch geblockt werden, das heißt, wenn der gegnerische Tank das gut macht, kann der ein Schild haben und dann passiert auch nichts. Der Roboter macht ein bisschen Schaden, also jetzt auch nicht zu viel, vielleicht 30, auf jeden Fall soll es nicht darum gehen. Das Hauptmerkmal, was er hat, er hat auch 100 Leben, also er kann zerstört werden, aber wenn er ankommt, dann ist das Hauptmerkmal, dass er die Steuerung des Gegners umlegt. Das heißt, er trifft erstmal ein Ziel, das legt er um, und wenn andere Leute noch in der Nähe sein sollten, dann bekommen die auch Schaden und ihre Steuerung wird auch umgelegt. Das heißt, jetzt rede ich von der Tastatur, W, A, S, D. W ist ja eigentlich nach vorne gehen und das wäre dann in dem Fall nach hinten gehen. S wäre, was eigentlich nach hinten gehen ist, wäre dann nach vorne gehen. Das heißt, alles wird einmal komplett verändert. Wenn man denkt, ich gehe jetzt nach links, dann geht man nach rechts. So, und das hält dann für 5 Sekunden an und dann wird es wieder zurückkonvertiert. Ich finde, das ist nur eine kleine lustige Weise, wie man wieder ein bisschen was anderes ins Spiel mit reinbringt und man wieder ein bisschen das Gehirn einschalten muss, ein bisschen Schwierigkeit umzuwägen. Es ist nicht eine Fähigkeit, die vielleicht Schaden macht, aber trotzdem irgendwie den Gegner schadet und es dem das Leben schwer macht. Das ermöglicht dann natürlich wieder neue Taktiken. Und jetzt mal ganz kurz noch so abgesagt, das Ganze ist jetzt natürlich alles nur provisorisch, also ich kann jetzt nicht komplett alles perfekt balancen, das muss man dafür testen. Das sind jetzt nur erste Eindrücke, die ich so einfach sage, die ich mir vorstellen könnte. Also jetzt allgemein zu allen Helden. So, dann, was wir noch gar nicht hier abgecheckt haben, ist der normale Schuss. Also, unser Ingenieur schießt mit dem Linkstick, das heißt, der normale Schuss, Raketen ab. Ja, schwierig jetzt, mich eine zu zeichnen. So, zack, erschießt solche Raketen. Na gut, ähm, hier. Die fliegen in einer geraden Linie, das heißt, die fliegen jetzt durch. Wenn die haben gar keine, die fliegen nicht runter, die fliegen immer weiter, bis sie eine Wand treffen, Gegner treffen oder irgendwann aus der Map rausgeflogen sind. Deren Ding ist, dass sie mit der Zeit immer schneller werden. Das heißt, beobachtet ihr meine Zeichnung, die fangen erstmal so an und irgendwann werden die schneller. Irgendwann haben die auch eine maximale Geschwindigkeit erreicht, damit, ja, vielleicht keine Ahnung, ob das irgendwie das Server überladen würde oder so. Auf jeden Fall, dass er jetzt nichts, also auf jeden Fall eine maximale Geschwindigkeit hat. Und das Ding ist, dass es eine, ja, deswegen auch eine Schadensreichweite gibt. Also, der langsamste Schuss hier vorne würde direkt 20 Schaden machen. Das heißt, der Schuss, der, wenn mir jetzt einer vor dir steht, dann machst du mit der Rakete und 20 Schaden. Wenn du aber die maximale Geschwindigkeit erreicht hast, dann macht die ganze Rakete 100 Schaden. Das heißt, es ist natürlich auch nicht einfach zu treffen über die Range. Deswegen wird man auch belohnt mit dem ganzen 100 Schaden. Und man muss da wirklich, also so ein Projektil weiß wahrscheinlich nicht so einfach zu einschätzen. Das ist wirklich eine kleine Skillvariante ins Spiel mit reinbringt. Und hier würde ich sagen, kann man auch ihm unendlich Munition geben. Nur halt, dass man eine gute, dazwischen die Zeit, dass er nicht zu schnell schießen kann, so eine kleine Umstellungsphase, wo die nächste Rakete quasi greifen muss. Beziehungsweise man könnte ihm auch vielleicht 10 Munition geben, das halt mal nachlädt. Auf jeden Fall. Es ging ja auch mit unendlich, würde ich sagen. Was seine Ult dann ist, der hat, wie ich mir vielleicht vorstellen kann, so einen Raketenwerferrucksack auf dem Rücken mit so Austrittlöchern. So. Daraus kommt eine dicke Rakete raus. Finde ich mal ein bisschen. So. So eine dicke Rakete kommt dann da raus und die fliegt in einem Bogen. In einer Parabel. Das heißt, die fliegt hoch erstmal und dann landet sie ungefähr 10 Meter weiter von ihm entfernt. Die hat dann immer die gleiche Flugbahn und einfach in die Richtung, die man guckt, dahin geschieht es. Das heißt, sie hat jetzt auch immer die gleiche Range und da muss man sich dran anpassen. Das heißt, sie hat jetzt nicht die größte Range. Wenn die Rakete landet, hat die dann auch ihren Radius, in dem die wirkt. Jetzt nur so als Beispiel sowas eingezeichnet. In dem Radius werden alle Gegner, die drin sind, geschockt. Also beziehungsweise kurz die Erde erschüttert dann und die werden dann kurz betäubt. So ein kleiner McCree-Flashbang. Und werden dann für einige Zeit langsamer sein. Das heißt, dann kann man auch sagen, 5 Sekunden Langsamkeit, dass man sich langsamer bewegen kann. Kennt man ja von den Smetra-Turrets, dass sie einen langsamer machen, wenn man, ja, viele, wenn alle auf einen draufschießen. Und sowas ist natürlich dann verheerend für das Gegnerteam. Es ist jetzt keine Damage-Ult, aber es ist trotzdem eine Ult, die viel Pech dem Gegner ausrichten kann. Ja, und damit war es das eigentlich auch schon mit dem zweiten Helden. Für den Teil wäre ich durch. Auch wie gesagt, gerne dazu, die eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann kommen wir nochmal zum dritten Helden und zwar dem zweiten Support. Der soll in so eine Richtung Bergarbeiter gehen. Ich weiß nicht genau, wie das Logo aussieht. Ich hoffe, ich habe dir nichts Falsches gezeichnet. Aber quasi diese zwei Spitzhacken. So, das ist jetzt unser Bergarbeiter. Den positionieren wir jetzt auch mal hier in die Mitte. Das ist unser Support. Der hat 250 Leben und davon 50 Rüstungen. Das heißt, Rüstung, weil mir ringert ja den Schaden, also dieses gelbe, orangene Leben. Und unser Kandidat hier hat zwei Spitzhacken in der Hand. Ja, ist jetzt nicht die beste Zeichnung, aber ich glaube, man kann es erkennen, er hat in jeder Hand eine Spitzhacke beziehungsweise eine Hacke. Dementsprechend ist seine passive Fähigkeit, dass er hier Wände hochklettern könnte. Das heißt, wie Genji, wie Hanzo, da habe ich mal hier links Stößer mal rein, rechts Stößer mal rein mit der Spitzhacke. Hat dann irgendwann auch natürlich eine Maximalgrenze, wie bei Hanzo und Genji, dass er nicht so hochklettert. Allerdings kann er auch irgendwo an der Stelle verweilen. Das heißt, sagen wir mal, der klettert hier bis hier, bis zu der Höhe. Er kann da auch bleiben für ein paar Sekunden. Er kann das Ganze halten. Also das heißt, er ist ein bisschen so ein Wandmobiler Held. Er kann auch theoretisch sich von der Wand mit den Spitzhacken abstoßen und einen kleinen, so wie Lucio-mäßig, wenn man Leertaste drückt, dass er sich dann so abstößt und ein bisschen von der Wand ein bisschen einen Boost mitnimmt. Und er kann theoretisch, sagen wir mal, hier von Wand zu Wand climben. Das heißt, er geht auf die Wand hoch, zack, springt, springt zur anderen Tür, die hier hinten ist. Da kann der hier wieder hochklettern, zack, wieder auf die andere Seite, dass er dadurch ein bisschen so Wandmobilität hat. Also ein bisschen wie Lucio, ein bisschen wie diese Assassine von den, oh, das ist zu viel, diese Assassine von dem Story-Modus von Overwatch, den wir gespielt haben. Also ich glaube, das war, ja, Vergeltung, da kam die zuerst vor. Ja, da er Spitzhacken hat, ist es jetzt erstmal ein Nahkampfheld. Da kann ich mir so vorstellen, dass er jeweils abwechselnd mit links und rechts einprügelt auf den Gegner, hat jetzt nicht eine große Reichweite, so ungefähr wie Reinhard, der Hammer, jeder Schlag macht 30 Held und ich würde sagen, zack, 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 so schnell kann der ungefähr schlagen. Also vielleicht so den Rhythmus so, vielleicht auch ein bisschen langsamer. Jedenfalls, genau, 30 Schlagen pro Schlag. Damit er auch ein bisschen Reichweite hat, kann er mit Rechtsklick, also das eben, was ich erklärt habe, Linksklick, der normale Angriff, jetzt mit Rechtsklick, also die alternative Feuermethode, kann er seinen, aufladen, so, quasi je länger man drückt, desto stärker, desto weiter fliegt's, macht nicht mehr Schaden, aber desto weiter fliegt's und dann fliegen die einmal in so einer Flugbahn und sagen wir, landen die hier, wenn man jetzt vielleicht ungefähr bis hierhin gespannt hat oder so. Die sollen auch nicht eine zu krasse Reichweite haben, das heißt vielleicht wie ein Roadhoghook maximal, wenn man auf volle Maximalität geht, das heißt 20 Meter. Auf jeden Fall wirft er beide Stück und wenn die treffen sollten, machen sie 50 Schaden. So, das Ding ist, wenn er sie wirft, hat er ja gerade gar keinen Spitzhacken, da braucht er 3 Sekunden zum Zeit, um sich wieder hier ein Neue aus seinem Werkzeugkasten zu nehmen und in der Zwischenzeit kann er das halt, kann er auch nicht normal angreifen, nicht werfen und auch nicht klettern, das heißt, wenn er sie wirft, hat er einen kleinen Nachteil, 3 Sekunden kann er nicht so viel machen und diese Spitzhacken machen auch dann ein bisschen Flächenschaden, wenn sie jetzt im Boden landen oder so, dass man da vielleicht auch in kleineren Bereichen mal 25 Schaden macht oder so. Kommen wir mal zu seiner Shiftfähigkeit. Nehmen wir mal ein schönes dunkles Lila. Er setzt einen, sagen wir mal Obsidian oder einen Kristall ein bisschen, ja, was er unter Tage halt eben so gefunden hat. Man hat ja, ich hab mal gelesen, Steine können auch heilende Wirkung haben, Obsidian und so, die werden ja auch bei Massage heiß auf den Rücken draufgelegt, aber sagen wir mal genau, deswegen legt er hier so ein Kristall hin und das hat so eine stärkende Aura, kann auch schön vibrieren, vielleicht so einen schönen Effekt haben, ein bisschen glänzen. Ist jetzt noch die Frage, ob man den zerstören kann oder nicht, ich würde vielleicht sagen, erstmal so wie Soldiers Heil fällt, erstmal vielleicht nicht, aber wenn das zu stark ist, kann man es natürlich auch zerstören, ist dann dem Balance Team selber überlassen. Das hat dann auch eine gewisse Reichweite und alle Teammates, die hier in diesem Bereich stehen, bekommen einen 10% Damage Boost und minus 10% erlittenen Schaden. Das heißt, ein bisschen robuster und ein bisschen mehr Schaden. Das Ganze dauert dann 5 Sekunden, das heißt, das Feld besteht 5 Sekunden lang und hat einen 10 Sekunden Cooldown, das heißt, der Cooldown geht auch erst los, wenn das Feld zu Ende ist, also man kann es alle 15 Sekunden dann benutzen, das soll ja nicht zu häufig benutzt werden. So, kommen wir so zu seiner E-Fähigkeit, also seine zweite Fähigkeit, was ich wirklich cool fand, diese Änderung von Symmetra, die in diesem, ja, Rework, diesem Testlabor drin war. Ich würde sagen, er kann solche Heilquellen an Wände und an Boden platzieren, das heißt, entweder hier so, zack, eine Heilquelle oder hier, je nachdem, wie er es halt wirft und ich würde sagen, die Flugbahn kann man auch so machen wie von Symmetra, vielleicht, also, dass die Turrets so straight fliegen, also so gerade oder mit einem kleinen, ja, kleinen Bogen, das heißt, dass sie jetzt vielleicht nicht komplett gerade fliegen, sondern irgendwann auch mal auf den Boden fliegen sonst, ja, finde ich glaube ich sogar besser. Theoretisch kann es dann sein, es ist dann so eine Heilstation, die einfach feststeht, die kann auch zerstört werden, ganz normal wie Symmetra Turrets funktionieren die dann. Der hat immer drei Stück und die werden auch so wie Symmetra Turrets aufgeladen, ungefähr. Das heißt, er kann maximal drei Stück an eine Wand schmeißen, also wie gesagt, genau das gleiche System wie bei Symmetra. Dann könnte es entweder ein Laser sein, vielleicht ein bisschen halt eine andere Animation als bei Symmetra, aber so ein Laser, der dann Verbündete, die hier stehen, heilen, da würde ich sagen, vielleicht hat das dann so eine Stärke von einem Mercy-Heilstrahl, also ich glaube 50 Heilungen die Sekunde hat der zur Zeit, ah ne, wurde sogar gebufft, ich habe nachgeguckt, 55 die Sekunde, so könnte es mal machen, so 50 bis 60 so in die Richtung, ein Strahl, der Strahl sollte auch relativ schlau sein, das heißt, wenn der Teammate jetzt voll ist, dass er das Ziel wechselt und vielleicht wieder auf einen anderen geht, der es mehr braucht. Die Heilung kann sich dann sogar aufsummieren, das heißt, alle drei könnten einen, ja, ein Ziel heilen, würde ich sagen. Weil es das Ganze zu OP werden sollte, könnte man es hier bei den Heilern von Clash of Clans machen, das heißt, je mehr man dabei hat, desto weniger Heilung macht ein Einzelner, dass dann vielleicht nicht 50 Heilungen pro Turret, sondern nur 30 oder so 40 pro Turret sind. Und dann wollen wir nochmal zu seiner Ult kommen. So, sagen wir mal, er hat jetzt eine Spitzhacke und die steckt er hier in den Boden, opf, sagen wir mal, er hat eine Spitzhacke und er steckt die hier in den Boden rein, so. Dann entsteht erstmal ein Riss, also hier ist so ein Riss entstanden, in der Erde und die Spitzhacke schmeiße dann wie, ja, wie soll ich das beschreiben? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie so ein Captain America Schild, wie das dann so schmeißt. Das heißt, dass er dann so gerade fliegt, so in der Richtung und auf dem Boden entlang schleddert und dann immer weiter einen größeren Riss hier im Boden erzeugt, bis das am Ende angekommen ist. Also ich habe jetzt überlegt, man kann es entweder so gerade machen oder wenn man das wirft, dass man das, also das wäre halt jetzt von seinem Standpunkt aus, das heißt, da wo man hinguckt, fliegt die Spitzhacke hin und dann entsteht so der Riss wie so eine Maywall quasi oder so eine Symmetra Old. Aber ich habe mir auch überlegt, man könnte vielleicht die Spitzhacke theoretisch sogar werfen und dass sie dann in einem Bereich dann so einen Kreis abdeckt und dann, genau, das ist sich einmal so im Kreis so quasi, hat er so angedreht geworfen und dann diesen Kreis da, dann dass da die Erde zerrissen wird. Aber wir nehmen jetzt erstmal als Beispiel hier den Weg, den wir eben hatten. Also was dieser Riss bewirkt, ist, dass dadurch Erdgase austreten. Für Teammates ist das Ganze nicht so schlimm, da wird die Sicht vielleicht ein bisschen versperrt, so ein bisschen verschwommener sein, aber für Gegner kommt da ein weißer Rauch raus. Wir machen es mal ein bisschen grauer. Kommt da ein weißer Rauch raus, ein relativ großes, das heißt, er soll die ganze Sicht versperren. Faras haben da natürlich kein Problem, die können trotzdem von oben drüber gucken, aber, oder, werden auf jeden Fall ein bisschen eingeschränkt, aber nicht komplett wie andere, aber dann entsteht da Rauch. So, das heißt, wir haben hier eine Smoke, quasi, das ist immer die Sicht versperrt von Gegnern, dann kann man auch super taktisch einsetzen, hier ist mal eine andere Supportfähigkeit, finde ich ganz cool. Das Ganze würde ich sagen, kann man machen, dass es 15 Sekunden hält und dann verschwindet das Ganze wieder. Da haben wir schon ähnliche Konzepte auch drin, so ein Hansundrache, verdirbt auch relativ viel die Sicht, klar, man kann auch gut durchgucken ab und zu mal, aber verdirbt auch gerne mal die Sicht, aber hier auf jeden Fall mit dieser Wand hätten wir eine komplette Sichtversperrung, kann man auch taktisch super benutzen und Gegner in Fehler reinzwingen. So, ich hoffe, ihr habt mit den ganzen Zeichnungen und so verstanden, was ich hier alles ausdrücken wollte. Ich hoffe, die ganzen Konzepte gefallen euch auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung auf das Video da. Wie gesagt, ich würde mich auch riesig über eure Meinung darüber freuen. Ich mache sowas sehr gerne, mir macht sowas Spaß, was auszudenken. Deswegen haut auf jeden Fall eure Meinung dazu raus. Würdet ihr gerne solche Sachen im Spiel drin sehen oder findet ihr es vielleicht ein bisschen komisch? Haut es auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.